Die Messerschmitt BF-108, auch bekannt als Taifun, war ein elegantes und leistungsstarkes Flugzeug, das in den 30er Jahren erstmals in den Himmel stieg. Ursprünglich als Reiseflugzeug für die zivile Luftfahrt entwickelt, erregte die BF-108 Schnellaufmerksamkeit durch ihre fortschrittliche Technik und herausragende Flugeigenschaften. Mit einer schlanken aerodynamischen Form, einem einziehbaren Fahrwerk und einer geschlossenen Kabine hob sie sich deutlich von anderen Flugzeugen ihrer Zeit ab. Das Flugzeug wurde von einem 240-Pass starken Argus Aas 10C Motor angetrieben, der der BF-108 eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von über 300 Kilometer pro Stunde verlieh. Ihre Reichweite von etwa 1000 Kilometern machte sie ideal für lange Strecken und komfortable Reisen. Doch die BF-108 war nicht nur ein technisches Meisterwerk, sie war auch ein Pionier ihrer Zeit. Berühmte Piloten wie Ellie Beinhorn flogen das Flugzeug und stellten damit Rekorde auf, die die Welt in Erstaunen versetzten. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fand die BF-108 auch ihren Weg in die militärische Nutzung. Die deutsche Luftwaffe setzte das Flugzeug als Verbindungs-, Kurier- und Schulungsmaschine ein. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machten sie zu einem wertvollen Werkzeug im Arsenal der Luftwaffe. Trotz ihrer militärischen Nutzung blieb die BF-108 jedoch immer auch ein Symbol für die elegante Technik und den Pioniergeist der Vorkriegszeit. Die Messerschmidt BF-108 ist mehr als nur ein Flugzeug, sie ist ein Stück Luftfahrtgeschichte. Sie steht für eine Ära, in der Innovation und Abenteuerlust den Himmel eroberten. Noch heute, fast ein Jahrhundert nach ihrem Erstflug, fliegen einige dieser Maschinen in den Händen von Liebhabern und Sammlern, die ihre zeitlose Schönheit und Leistungsfähigkeit zu schätzen wissen. Die BF-108 bleibt ein faszinierendes Zeugnis deutscher Ingenieurskunst und ein Symbol für den Pioniergeist der frühen Luftfahrt.